Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch, wie man so einen coolen Umhang hier bekommt. Ihr seht auch hier an der Seite, an der Seite, noch andere Farben eingeblendet. Ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei mir in die Videobeschreibung zu gehen, dort dem Link zu folgen und dann kommt ihr hier raus bei der Webseite Nexus Mods und wenn ihr hier einmal runter scrollt, seht ihr dort Files. Wenn ihr da drauf gegangen seid, kriegt ihr hier verschiedene Dateien angezeigt. Immer vorne dran mit der Farbe, also Yellow, Gelb, Blue, Blau und so weiter und so fort. Ihr könnt sie hier oben einmal ohne Skulls, also ohne diese toten Köpfe runterladen und einmal hier unten mit den toten Köpfen. Wichtig ist, ihr könnt immer nur eins installieren, nicht mehrere installieren, immer nur eins. Und wenn ihr euch jetzt entschieden habt für einen und ihr euch einen Account hier erstellt habt, geht ihr auf Manual Download und wenn ihr da drauf gegangen seid, kommt in euren Downloads-Ordner einmal diese Green Smoke Without Skull-Ordner oder halt je nachdem, was ihr halt runtergeladen habt. Diese tut ihr mit Rechtsklick Winra entpacken. Winra habe ich euch unten in die Videobeschreibung auch verlinkt. Und dann geht ihr einmal hier drauf, No Skulls und dann habt ihr hier drei Dateien. Die müssen wir jetzt natürlich irgendwo hinpacken. Dafür geht ihr jetzt einmal hier unten auf Steam, Rechtsklick, auf Forkorts Legacy, Eigenschaften, lokale Daten und dann hier auf Durchsuchen und dann kommt ihr hier raus. Und dort geht ihr dann auf Phoenix, dann auf Content, dann auf Pax und dann auf Mods. Wenn ihr diesen Ordner nicht habt, einmal erstellen. Wichtig ist mit diesem Fähnchen hier vorne dran. Und wenn ihr dann jetzt diesen Ordner drauf seid, müsst ihr hier Rechtsklick und dann diese Dateien hier einfügen beziehungsweise hier so rüberziehen und reinkopieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr das Geile, so wie ich, mit diesem nice aussehenden, geilen, bewegenden, grünen, aussehenden Umhang. Ja man, einfach fett. Schaut echt geil aus. So Leute, wenn euch das gefallen hat, ja, lasst ein Abo da, dann liked, ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal und tschüss.